Hallo Deo! Heute ist ein neues Youtube Video. Heute spielen wir wieder Fortnite, wieder mal. Habe ich schon lange nicht mehr Fortnite gespielt. Heute spiele ich mit meinem Freund Fortnite. Gehen wir gleich in einen Raum rein. Let's go! Wieder mal Fortnite. Ich habe etwa vor 2 Monaten nicht mehr Fortnite gespielt. Ok. Schauen wir was es gibt im Itemshop. Nein, das geht nicht so cool. Aber gehen wir in die Runde rein. Schon lange nicht mehr Fortnite gespielt. Wieder mal Fortnite. Einfach eine ganz normale Duorunde. Let's go! Okay, let's go! Fangen wir jetzt an? Hey, im Spiel! So, wo wollen wir landen? Da wir hier kommen... Ich bin mal nicht alleine, sondern mit meinem Freund. Sonst spiele ich immer alleine Fortnite. Aber bin schon auf hohes Level. Level 146. Mein Freund ist schon so erwartet worden. Let's go! Gehen wir in die Runde rein. Ich schaue, ob ich noch gut bin in vorne. Ich habe schon lange nicht mit euch Fortnite gespielt. Ich habe schon lange nicht mit euch Fortnite gespielt. So. So. Let's go! Let's go! Das ist eine Kiste. Und jetzt wieder im Spiel. Die sind cool. Let's go! Okay. Okay. Wo hat's hier Spieler? Wo hat's hier Spieler? Wir haben heute die 100 Abonnenten geknackt. Das ist schon cool. 100 Abonnenten geknackt. 100 Abonnenten geknackt. Ich habe ja ähm... im Livestream gesagt. Vielleicht schaffen wir noch die Wunderbarmen. Amin hat am nächsten Tag geschafft. gesagt. 1 2 6 5 5 6 8 20 ich habe ein kind mein erster kind mit euch ok wo ist da noch spiele so ich schaue noch ein bisschen wasser spieler komm das ist mein kill das ist mein kill so das ist ein schöner kill das ist mein zweiter kill vielleicht holen wir auch den ersten klatsch wieder mal so aber was gibt es hier so jetzt hat es hier doch ein bosch oder das muss ich da muss ich auch bin jetzt schon wieder ich habe 178 wo hat es hier spiel dort vorne oder das spiele der töten wir jetzt aber ich gehe ich gehe nicht so und kommen oder soll ich den töten ich weiß nicht mein freund hat ich gehe nicht so die sohn kommt er in einem minuten komm gehen wir ok aber let's go so jetzt ach die 100 haben wir nicht geschafft das ist cool habe ich schon mal gesagt für mich ich gehe nicht in die mitte so So, let's go. Okay. Okay. Ich will das. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Pass hier. Oh, mein Skink sieht cool aus, oder? Okay. Okay. Ah, da ist die. Komm, da. Ja! 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 Ja, ich will auf! Super! Komm, deshalb! Hilf mich! Super! Ich bin tot! Das Spiel aber nicht abknallen! Das ist blöd! Das ist blöd! Bitte! Bitte retten! Danke! Candy Nein! So! Jetzt muss ich mich schnell heilen! Ha! Ich hab die Stibiz! So! Let's go! Wo hat's da Spieler? Das ist die Frage! Hier! Hier hinten! 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 Okay! Das ist mein vierter Kill! Das war mein vierter Kill! Hier hinten! 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 Ja! Okay! Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ich bin fast Level U mit 50. Aber er sollte sich eilen. Ich bin nur zur Hälfte geheim. Aber egal. Bleiben wir mal da weg, weil die sind gut. Die haben die beste Sniper oder was. Schon so. Ich würde lieber... Nein. Ja, gehen wir nicht so. Von da lang. Ich habe zum Glück das Schutzschild. Das ist mein sechster Kill. Sechster Kill. Mein siebter Kill. Mein achter Kill. Oha. Diese Runde geht's ab. Ich bin gut in dieser Runde. Komm, der soll mich mitnehmen. Aber mein Freund ist noch gut. Er spielt auch immer vorne. Er spielt nie Minecraft oder so. Ich bin einfach 8 Kill. Das ist zu knapp. Und mein Rekord ist laut so... 18 Kills oder so. Wenn ich mich nicht täusche. Oder 5 Kills. Dich in das Schlecht. Ja. Dann steigen Sie auch statt. Wann, wir bleiben im 4er Platz. Und? Ich bin da oben. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Und? Jaaaaack. Nein. Aber egal, besser als nichts. Besser als nichts. Aber das war's von diesem Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Okay, tschüss, ciao.